Hallo und herzlich willkommen zu Star Wars Jedi stirbt dreckiger Hund gefüllt. So war es in der letzten Folge, sind sehr oft gestorben und dieser Ladescream können wir jetzt sehr gut, weil ich so lange, dass ich die Folge beenden konnte in diesem Ladescream und noch in diesem Ladescream anfangen konnte Ah Oh, okay Oh nein Oh, mir fällt etwas auf Oh Das ist ein Problem Da gibt es einen Ausweg Ja Ähm Los, 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 renn Oh, was? Wie viel Schaden gibt er mir? Ach, Mann Ja, dagegen kann ich ja nichts machen Der gibt mir Schaden Also gehe einmal runter, hau ihn rein, damit ich die Sachen wiederkriege und hau Ordon weg Die Sachen, die wir zusammen sind, müssen erstmal liegen lassen, dann anscheinend, äh Verteilt dann doch zu viel Schaden So viel, dass man in einem Schlag stirbt, was blöd ist Weil man gerne versucht, von dem wegzukommen Man kommt nicht weg Bin ich halt zumindest froh, dass die anderen, äh Biester, die wir getroffen haben Ja, im offeneren Gelände waren Weil sonst hätten wir da ein Problem gehabt Und wir wahrscheinlich nicht an diesem Ort hier angekommen Wollen da wahrscheinlich immer noch feststecken Das Ding ist, dadurch, dass ich da jetzt einmal runtergefahren bin und gegen den kämpfen musste Müssen wir da jetzt immer wieder runterfallen Ach, Mann Was? Ich kann da nicht weglaufen Mann Ach Ich war noch gestern von einem anderen Hild Ach, Mann Ach, dieses scheiß Ladebildschirm Ach, dieses scheiß Ladebildschirm Was? Was muss das jetzt so lange laden? Ach Und schon wieder Wieso verliere ich eigentlich alles, wenn ich einmal sterbe? Und wieso muss ich den Gegner dann einmal treffen, damit ich Äh Die Sachen wiederkriege, die ich verloren habe Los Halt dich weg Ich bin nicht weg Ich bin recht Ich bin sehr frei Und ich bin sehr frei Ich bin sehr frei das wollte ich kaputt machen aber wir sind weg von dem fisch haben all unsere sachen wieder erfahrung ich habe mir das gefühl dass die wird während des spiels ich habe es ziemlich schwer ah nein 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 Ah, so. Meditieren wir mal Jetzt werde ich beinahe da runtergefallen Ich gehe mal übrigens davon aus, dass ich wenn ich hier irgendwo runterfalle Nichts verliere, weil sonst wäre das ziemlich blöd, wenn ich da meine ganzen Sachen verliere Und dadurch, dass ich durch keinen Gegner gestorben bin, könnte es ja auch heißen Dass ich da noch nicht rüberkomme Oh Mann, ich tease mich doch nicht so spielen Das sieht immer wieder so hoch aus, dass ich da nicht rüberkomme Nein, nicht da runterfallen Kann mal meditieren Da ist jemand Ah, gehen wir zurück zum Schiff Oh BD Nammt ihr Ihr wusstet von BD1? Komm ein Ball, wir reden drin Oh, BD1, das ist Grease Hey Grease Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter Von meinem Sofa Das ist BD1 Einer von uns Mir egal, zu wem er gehört Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Dofa rauszukriegen? Und wohl, die Gewebe ist empfindlich Eigentlich nicht Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden Komm runter, Grease Das hat er Leg los, Kerl Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sefon Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven Hm Okay Okay Nächste Generation der Jedi Ich wusste es Ach, Cordova, du alter Narr Ihr kennt den Mann? Ja Es ist ziemlich lange her Ich war damals seine Schüler Cordova war ein Einzelgänger Außer den kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Boganu Halt, Moment mal, Moment mal Eine Holo, was? Holocron Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff Wartet kurz, ich glaub, ich hab eins hier Wow Nutze die Macht Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi Ich bedauere berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiehen Okay, kein Problem Holen wir sie Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt Und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen Er hat was über den Planeten Datumir gesagt Und über eine Seppho-Heimatwelt Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was schmackhaftes gebrutzelt hätte Bevor es losgeht Oh? Warum sollte kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders Darum habe ich mich von der Macht getrennt Aber den Orden wollte er wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein darf Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl Okay Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Datumir oder Seppho Du hast die Wahl Hey Greed, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Ach schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu schockieren Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen Okay Wenn sie da draußen ist, schon Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe Da geht mir das Hörst auf Gut, mal sehen, ob ich welche finde Okay Dann kann ich meditieren Hinten ist eine Werkbank Ich kann mir nämlich das neue Lichtschwertteil anschauen Aber haben wir immer noch Und da war Wo war der Schalter? Mut und Weisheit 2 Ich glaub wir sollten anfangen Unser Schwert zu Individualisieren Weg von unserem Meister War noch nicht fertig Hier haben wir noch nichts Hier auch noch Das ist doch mal schön Vereignis Nichts Schwert Da können wir jetzt nichts machen Ne Ausrum brauchen wir nicht Wir sind ja Lamentis Das ist die Frage dann halt nur Wo stehen wir Gebe einfach Bescheid Wenn's losgehen soll Okay Ich habe Hunger Wolltest du nicht was zu essen machen? Dann nicht Dann auch Pugano Fühlt ihr die Macht überhaupt noch? Ja Aber statt mich zu öffnen Unterdrücke ich sie Du solltest genau das Gegenteil tun Draußen Viel mehr etwas über mich von vor der Auslöschung ein Das war schmerzhaft Aber Auch wie ein verlorener Teil von mir Das ist Punkt Du lernst die Macht wieder zuzulassen Ich könnte ihr das fragen Weil ich weiß wie es ist ohne sie zu leben Sekunde Hm Wohin? Das ist Pugano 5% erkundet Okay Das ist Sepho Das wäre von mir Das Da haben wir eine Aufgabe Dann Reisen wir nach Sepho Grief Wie wär's denn da etwas umdekorieren? Dein Tisch? Wozu denn? Etwas Kunst an den Wänden würde nicht schaden Dann sieht man mal was Neues Seit wann haben die Ahnung von Kunst? Das war schon immer so Damals als ich jünger war Hab ich mir alles angesehen Was ich im Jedi Archive aufreiben konnte Haben sie es auch bewertet? Nur bewundert Als ich Sucher wurde Hab ich einiges im Original gesehen Es gibt so viele Kulturen in der Galaxis Und jede hat ihre eigenen Kunstwerke Es war atemberaubend Interessant Okay dann landen wir mal Und das muss dann Sepho sein Vielleicht kein guter Zeitpunkt Um hier zu landen Ja das stimmt was nicht Wir sind in dem wir stören Unsere Kommunikation Hey Cordova hat was gesagt Von wegen Friede im Auge des Sturms Und ich sehe eine Ansiedlung Genau in der Mitte Dann müssen wir dort hin Ja Verstanden Okay Perfekte Landung Crazy Prince Baby Bei mir sind noch viel zu viele Störungen In der Kommunikation Um das wieder hinzukriegen Brauche ich noch eine Minute Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova Gut Ich melde mich sobald hier alles wieder funktioniert So Dafür Zellen wir mal unsere neue Kleidung an Dämmung Gano Gano Gute Arbeit auf Pogano Je mehr Infos die über Cordova und die Sepho sammeln Desto eher können wir das Imperium stirbt Ich hab von alten Kulturen gehört Weiß aber nicht viel Ich wusste nur Dass Cordova von den Sepho besetzt war Er hielt ihre Lehren zu bedeutsam Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis vasziniert Du solltest aufbrechen Hier gibt es viel zu lernen Okay Du hast viel Glück Du hast zwar viel durchgemacht Ist nicht leicht Ja Das stimmt Aber ich denke an die, die an mich geglaubt haben Wenn ich mich aufgebe, gebe ich sie auf Okay Solche Leute hast du sicher auch Prof Dein Freund auf Bracker Er hat sich geopfert, damit ich lebe Er hat an dich geglaubt Es gibt viele, die von dir abhängen Auch wenn sie es noch nicht wissen Mach weiter, Kel Für Prof Für alle Okay So Dann schauen wir mal weiter in der nächsten Folge Ich bedanke mich fürs Versehen, sage tschüss Und bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen